Hallo zusammen, hier Abitone TV und wieder ich folge Mario Kartour mit meiner Freundin, diesmal mit dem Knochentrocknen gehabt. Also alle Länder, die kommen, haben wir noch nicht gesehen. Es kommen immer wieder neue Länder. Dann würde ich sagen, let's go. Vielen Dank. Ich glaube, ich fühle mich hart, das ist verpissbar. Ich habe gerade genau die Idee. Hm. Und die Kiste. Und das ist fair. Ich habe genau gewusst, ich treffe ihn wie jemand. Weil ich es genau mit dem Spalt schmeckt. Ja, aber richtig im Fall. Du siehst schon mal. Oh nein, wird er nicht. Hoffentlich nochmal Bananen. Naja, leider nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Awesome Dad Jungs Also, so schön. Wauwau. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung 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 des ZDF für funk, 2017 dass wenn du jetzt zum Beispiel einmal Erster bist, dann speichert sich die da. Und wenn du beim zweiten Rennen jetzt zum Beispiel Zweiter wirst und ich Erst, oder nein, sagen wir jetzt mal einfach Fünfter wirst, dann musst du zum Beispiel, egal, es ist sehr schwer zu erklären, aber jedenfalls, dass es um alle Runden und um alle Länder eigentlich so eine... Wie willst du das erklären, Alter? Das ist so schwer. Ich schau's nicht. Ich weiss überhaupt nicht, wenn ich das erkläre. No way. Ja, so zu sagen, du wirst jetzt der Erste, zum Beispiel, oder? Und ich der Fünfte. Und ich jetzt der Fünfte. Dann speichern sich die Punkte, die es für fünf gibt, bei mir, und die es beim Ersten gibt, bei dir. Und die Punkte behalten Sie bis zum nächsten, bis alles fertig ist. Und dann kannst du so sagen, wenn du vielmals Zweiter geworden bist, und ich dann aber ein paar Mal Vierter am Schluss, dann kann sich alles wenden und so. So, in einer Minute warten wir erst, dann haben wir das nächste Cup. Weisst du, wie ich noch? Ja, das ist so geil. Und so ist es so geil. Pro Cup sollst du alles speichern, deine Punkte bis am Schluss. Und den hast du zu zeigen, wer du siehst und wer nicht. Ja, das ist so geil. Ja, das Cup machen wir noch und nach dem Cup lasst du den auch sehen, mit dem Video. Wie geht's denn? Ja, das Cup war ja. Ich kann noch schnell hier kommen zu wegen. Ja, das Cup war ja auch so geil. Blib du aber da rein? Dann siehst du aber? Nein, ich gehe ja jetzt einfach raus. Ja, du gehst ja automatisch raus. Ja, du gehst ja automatisch raus. Ich habe hier einen neuen Gleiter bekommen. Einen mit Blitz. Der ist sicher auch heftig. Der Blitz. Blitz fängt ja alle. Aber richtig. Keine Ahnung. Ich finde den rot geil. Der Blitz geht auch safe. Vielleicht zog ich mal mit dem Blitz. Irgendwann. Und mein schönes Abdeck macht, dass du jetzt die Ladung bekommst, wenn ich dir schiebe. Ich glaube nicht. Ich nehme immer den falschen Auto. Ich nehme den Tag. 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 Und du schmeckst mir nicht mal alles. Nicht nur dir. Aber ich nehme den Tag. Ich nehme den Tag. Ich nehme den Tag. Ich nehme den Tag. Wieso kommt mein anderer roter weg? Ich habe sicher meine eigene Banane mit dem grünen. Und Du schmeckst mir die kleine Zellen auch gegen den Kanälen. Schmeck mich denn? Der gehört mir bis dahin. Aber ich habe meine Brünen. Ich habe Lust. Wie immer. Ich habe immer Durst. hmm man sehen owie owie ist in Fuck wo bin ich eigentlich Nein, Alter! Aber schau mal an, wo ich durchgefahren bin. Ich bin auch erst. Ich bin jetzt zweit. Schatz, du fährst einfach in mir rein mit deinem Feuer. Yes, Mann. Ich bin am Anfang völlig falsch gefahren. Ich schwöre, gegen eine Wand, dort hinten, wo es nicht einmal einen Weg hat, Mann. Dort hat es nicht einmal einen Weg, nicht? Was? Ja, jetzt geht ein anderer Weg. Oh, jetzt lasse ich mich hoch. Dort ganz rechts hinten bin ich. Und auch wollte er durch, Mann. Was ich nicht kann, ja. Verschwinde! Du wirst zwar nicht mehr nach mir gesehen. Rund ein Eis. Ja, das funktioniert nicht. Okay. Den machen wir da an. Ja, das ist so. Ja, das war. Ich brauche. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Das ist doch der. Der geht schon. Du bist in meinen Bananen eingefahren. Hä? Oder? Oder hat es zwei solche Männer, die dir geblieben haben? Das passiert. Hä, woher sehe ich, Mann? Da bist du wieder, Mann? Ich kann meine Bananen-Augen gegen Führer schmeissen. Sieh, Mann, jetzt versau ich noch alles, Mann. Jetzt kommt noch der Blitz. Und die Kacki. Nein, ich kann ihn da nicht mehr. Lass dir ohne, Mann. Du hast so Pech. Jetzt musst du schauen. Schau, mein roter... Du verschwindet einfach. Warum? Schüsst doch hinten, Mann. Bist du völlig aus dem Kopf geflogen, Mann? Schau, er schüsst nicht hinten, Mann, Alter. Da könnt ihr ja gerade wieder lätschen, Mann. Nein, man schüsst. Ich habe das Gefühl, dass ich hinten schüsse. Äh. Komm, geh rein jetzt. Zack, 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 zack. Bist du nicht! Hii. Jetzt, 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 jesst! Tschüss. Pinkie! Wo? Pinkie. Hast du, ja, mhm. Ja gut, dann würde ich sagen, dann wäre es das gewesen, bis zum nächsten Video, tschau miteinander.